Was ist der Applaus für Manuel Hornig und Eike Muntz nach dem 3 zu 0 Erfolg? Aus gegebenem Anlass fange ich mal mit dem Eike an, so kurz vor Schluss. Erster Drittliga-Einsatz, sagt der Trainer. Wie fühlt man sich dann, wenn man noch auflaufen darf und dann danach direkt hier im RZ-Fan-Dorf den Fans reden und antworten stehen darf? Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl und muss man sagen, hat der Trainer dann alles richtig gemacht, mich am Ende zu bringen, damit ich jetzt hier dann stehen kann. Wäre sonst ein dummes Gefühl, nein, Spaß beiseite. Es war ein tolles Gefühl, auf den Einsatz habe natürlich ich persönlich lange hingefiebert, schon ein paar Jahre bei der TUS und dass es dann jetzt endlich klappt, dass die Mannschaft so klasse gespielt hat, drei Tore zu Hause, was uns diese Saison noch nicht gelungen ist. Das ist natürlich ein tolles Gefühl und dass ich spielen durfte, einfach klasse. 13-0, Manuel gegen Sandhausen, gegen eine Mannschaft, die eigentlich zu Saisonbeginn sogar als Aufstiegsfavorit gehandelt wurde. Jetzt hängen die da unten drin. Sind die schlechter als im Moment der Tabellenplatz oder besser als der Tabellenplatz, es dokumentiert? Oder wie analysierst du den Gegner so aus deiner Sicht? Ja gut, ich möchte mich da eigentlich gar nicht einmischen, was den Gegner angeht. Ich kann nur für uns sagen, ich finde, wir haben eine super Leistung geboten, wir haben hinten gar nichts zugelassen. Und Gott sei Dank ist vorne endlich auch mit einem Knoten geplatzt. Drei Tore, besser geht es nicht, ich bin sehr zufrieden und von daher, was die anderen machen, ist mir eigentlich egal. Wie bereitet man sich auf so eine Mannschaft vor, die in der Tabelle unter einem steht? Das sieht so auf dem Papier nach Pflichtsieg aus, damit er nicht da unten reinrutscht, wo man aber weiß, eigentlich so vom spielerischen Potenzial her, müssten wir ja besser sein. Und es besteht ja immer die Gefahr, irgendwann platzt auch bei denen mal der Knoten und dann kommt die Aufholjagd. Wie habt ihr euch auf Sandhausen vorbereitet? Ja, erstmal müssen wir sagen, dass wir vorher viele Punkte haben liegen gelassen. Also wir haben ja gegen Mannschaften, die letzte Woche auch wieder in Saarbrücken gespielt, die unten drin standen, hinter uns stehen, da haben wir dann 0-0 gespielt. Nur hier bei der Mannschaft, wir haben uns eigentlich darauf vorbereitet, wie auf jeden anderen Gegner. Wir haben, beziehungsweise das Trainerteam hat die Gegner analysiert, uns vorgestellt, uns den Plan an die Hand gegeben und wir müssen es umsetzen. Wir wussten, dass sein Sandhausen nicht so läuft. Ja, und mit heimischer Kulisse im Oberwert haben wir gesagt, jetzt oder nie. Und dann haben wir drei Tore geschossen, drei Punkte über. So einfach ist das eigentlich. Manuel hat verletzungsbedingt leider von außen zuschauen müssen. Ab wann hattest du das Gefühl, da kann heute nichts schief gehen? Mit dem ersten Treffer oder ab wann hast du dir gesagt, das Ding hier ist heute unser Tag? Ja gut, ich hatte von Anfang an schon ein gutes Gefühl. Ich habe ja die Woche, ich weiß es wieder bei der Mannschaft, sehr konzentriert und gut gearbeitet. Und daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir gewinnen. Und nach 1-0 gefallen ist, hatte ich schon ein richtig gutes Gefühl dann. Nach 2-0 war das für mich eigentlich dann wirklich klar. Und ich denke, das war wirklich in keinster Weise irgendwann zur Debatte gestanden, dass die Sandhäuser da zurückkommen. Wir haben das wirklich super rein gespielt und war wirklich eine tolle Leistung. Einstelliger Tabellenplatz, jetzt zumindest mal wieder Platz 9 auf dem Papier. Aber der Abstand nach unten, das täuscht ja so ein bisschen, ist nicht allzu groß. Wie bewertet ihr im Moment so die Situation, wenn du mal so ein bisschen das erste Drittel der Saison bilancierst eignest? Ja, wir wussten vor der Saison, es ist eine ganz schwierige Saison in der neuen Liga. Die Mannschaft wurde total umgewälzt. Wir haben, ich glaube, es sind dann vier oder fünf Spieler aus dem Kader der letztjährigen zweiten Liga noch da. Und da drumherum wurde natürlich eine junge Mannschaft gebaut und mit eigenen Spielern. Dann ist natürlich noch später ist Manuel noch dazugekommen. Wir wissen, dass es eine schwierige Saison ist und auf die Tabelle würde ich einfach gar nicht so sehr schauen. Wir müssen einfach sehen, dass wir unsere Punkte sammeln und davon am besten so viel wie möglich und so schnell wie möglich. Und dann, denke ich mal, haben wir noch eine gute Restsaison und werden die auch erfolgreich bestreiten. Hinrunden-Highlight wird ja unbestritten, das DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Rheinland-Pokal heißt es am Mittwoch gegen Immendorf. Mit welcher Einstellung geht man in so ein Spiel rein? Klar, ihr wollt natürlich dieses Spiel gewinnen, aber ist es so ein bisschen auch unangenehm, das Gefühl, wenn wir da jetzt einen Patzer haben, dass man hier so Koblenz intern uns blamieren ist, schwebt das irgendwo mit dabei, wenn man in so ein Spiel reingeht oder seid ihr selbstbewusst und sagt, die putzen wir weg? Ja, ich denke, man muss auf jeden Fall selbst wusst in so ein Spiel reingehen. Aber man darf den Gegner auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir haben es ja selber vorgemacht, dass man im Pokal auch höherklassige Mannschaften schlagen kann. Und so kann das natürlich auch im Rheinland-Pokal passieren. Aber ich denke, die Mannschaft weiß oder kennt die Gefahr und wird da sich professionell auch vom Trainer wieder eingestellt. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir da die Woche nicht in die nächste Runde kommen. Wie gehst du ins Spiel rein oder wie siehst du die Begegnung? Ja, ich habe ja letztes Jahr aus einer anderen Sicht vielleicht sogar den Rheinland-Pokal noch erlebt mit der U23. Da waren wir fast oder oft der Underdog und haben Oberligisten rausgeschmissen. Und daher, was Manuel schon sagt, im Pokal ist es auch eine Floskel, die immer wieder auftritt. Im Pokal ist alles möglich. Da spielt David gegen Goliath. Aber wir müssen sehen, dass wir einfach konzentriert zu Werk gehen. Und ich denke, wenn wir konzentriert zu Werk gehen, dann werden wir uns auch eine Runde weiterqualifizieren. Was wichtig ist, was wir nie vergessen dürfen. Wenn wir uns dort nicht qualifizieren, dann haben wir nicht so schöne Spiele wie gegen Berlin. Was macht der Genesungsprozess, Manuel? Dann begrüßen wir dich zurück auf dem Platz. Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen schleppend momentan. Ich habe die Woche angefangen mit dem Mannschafts-Trainieren. Habe dann wieder ein bisschen Probleme bekommen. Ja, war alles nicht so vorherzusehen. Die Operation war dann doch komplizierter als gedacht. Mein Ziel ist es, zum Rückrunden statt topfit zu sein. Und ja, ich möchte mich da eigentlich auch nicht unter Druck setzen. Es macht auch keinen Sinn, zu früh anzugreifen. Ich habe die Woche wohl nicht unbedingt. Und es war vielleicht dann doch ein Kick zu früh. Hätte vielleicht noch ein bisschen besser aufbauen sollen. Insofern ist meine eigene Zielsetzung auch mit dem Trainerteam so kommuniziert, dass ich zum Rückrunden statt topfit bin. Und das, denke ich, ist auch realistisch.